So, und ein wenig runter schneiden, ein bisschen was, jawohl. Vorbereitungen sind, das habe ich lieb. Du stellst dich jetzt einfach einmal zur Leitung. Was ist denn du? Achtung. Hiesl, lass mir mein Fensterschock da. Wir haben das eh geblendet weg. Wenn ich gehen muss, dann nehme ich euch allen mit, ihr Schweine. Achtung. Noch einmal, bist du schon fertig? Das ist eine Wahnsinn. Eine ganze Woche. Ah, fertig. Ja. Ja, geht schon. Wär ich mir nicht so viel locker machen, oder? Nein, das ist so schön. Du musst klopfen zuerst. Nein! Jetzt konzentrieren, da geht's um Eis. Da geht's um Eis. Das ist ja. Das ist ja noch mehr. Titsche, komm! So, das muxt dann auf. Ganz langsam muxt dann auf. Weil ich kann's eh schneller machen. Das ist wie bei den Hosen. Ich kann eh schneller fahren dann. Das ist ja noch mal. Komm, auch mal zu mir. Weißt das schon, wir? Genau. Was ist denn da mal wieder? Ist das nicht so? Ja, Antla mit Pumperl. Ja, genau, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. So, dann sind wir wieder so. Dann bleibst du mal so. Bleib mal so! Für mich, weil ich bin angeschwürdig. Und du gibst dem dann das Puzzle noch. Ich hau ja mal hier noch. Das tust du nicht, weil das schaut keiner hin, wenn der das Puzzle fällt. Dann fahr ich auf. Kannst du passen? Ja, passt. Ja, passt. Ich habe mal. Ja, das wäre. Ich habe mir gedacht, das hätte, wenn ihr gerade eine rennt. Hullerdi, 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 Hullerdi. Busser! Schmicky!